Ja, wir sind bereit. Gehen wir das rein. Hallo zusammen. Beachmania ist angesagt. Ich stehe hier auf dem Niklas G. Hikepark. Hier sehen wir die Fläche, wo die Beach-Arena kommt. Wunderschöne Sicht auf den Bielersee. Wir sehen dann hier um die Ecke wird das Beach Town schon aufgebaut. Es wird der ganze Sommer hier sein. Und auch während der Beachmania vom 6. bis 10. August. Und ich glaube, es wird eine mega coole Geschichte. Super Location. Es hat jetzt schon ziemlich viele Leute auf dem Park. Ich freue mich riesig. Tickets können schon gekauft werden. Bis am Donnerstag freien Eintritt. Ab Freitag, Samstag, Sonntag gibt es Tickets auf Ticket Corner. Geht auf www.beachmania.com zu schauen. Dort findet ihr mehr Informationen. Bis bald. Tschüss zusammen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Babyspublik. Untertitelung des ZDF, 2020